5 Dinge, die ein Feuerwehrmann in Notuf 112 nicht tun sollte. Erstens, rückwärts zum Einsatzfahren. Zweitens, auf dem Fahrzeug rumlaufen. Drittens, ins Feuer laufen. Viertens, du bist nicht Hulk. Fünftens, die Rutschstange verfehlen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.